Herzlich Willkommen liebe Freunde zu mal einem etwas anderen Video. Ja und zwar will ich mir äußern derzeit, weil gerade ja, manche haben es gesehen, wollte ja Union anschließen nach dem Bayernspiel gegen Neapel, kommentieren, klappte nicht, war der Song, wie schon diverse Mal Probleme hat. Immer am Hakeln ist, abstoppt, abbricht, wie auch immer, Probleme hier, Probleme da. Es kann doch nicht immer sein, dass man so viele Probleme hat, dass man immer, weil ihr aufs Neue gucken muss, was macht man jetzt, was tut man jetzt. Kriegt doch mal euer Arsch hoch und kümmert euch mal um die Probleme, die wirklich Probleme sind. Und zwar, dass die Zuschauer da draußen, die Geld zahlen, wie sonst was. Ja, jeden Monat dahinblechen. Ja, für die Leute könnt ihr doch mal euren Arsch aufreißen, weil die euch bezahlen dafür. Ja und das Ganze mit dem Problem mal in den Griff bekommen. Ne, und das kann bei Leibe nicht sein. Das sage ich sowas ist, das kann nicht sein. Ich bin als Kunde von euch sehr, sehr, sehr gegen euch und sehr, sehr gerade gereizt. Das muss ich ehrlich sagen und das war schon mal beim Spiel von Dortmund so. Ja, das war diverse Probleme auch bei Heidenheim, nur da er hat das irgendwie wieder im Griff bekommen. Hier kriegt man wieder gar nichts im Griff und so weiter. Ja, und das ist diverse Scheiße. Das muss ich einfach mal ganz klar sagen. Ja, und wir sind wie man, die uns was vornehmen, selbst kommentieren, ne, euch dann auch bezahlen. Wir sind wie man bezahlen euch auch, ja. Und, ja, dass die von uns Kunden, ich empfehle mir die Worte, wie man merkt, wenn man uns Kunden, ne, sowas dahin gibt. Ja, und das schon seit mehreren Tagen, irgendwann muss doch irgendwas gefunden sein, meiner Meinung nach. Ist einfach so. Ich glaube, das spreche ich für alle, die diese Probleme haben oder hatten. Ja, und das geht dann einfach nicht. Ihr müsst die Scheiße in den Griff bekommen. Ja, das muss ich ganz klar so sagen. Ja, sonst werdet ihr Kunden verlieren, definitiv. Entfehlen kann man euch zur Zeit nicht. Ja, das muss ich einfach so sagen und so gestehen. Ja, ich bin ehrlich, ihr Mensch, ich bin so erzogen worden und so rede ich dann auch. Ja. Wie gesagt, kriegt den Arsch hoch, klärt das Ganze, ja, dass da wieder besser Fußball läuft, dass man bezahlt und gucken kann vernünftig und dass dann egal, welche Sportart, die da läuft, ja, weil so kann man das nicht kotzen, da kotzt man da, weiß ich, im Strahlen. Ne, das geht überhaupt nicht. Wie gesagt, das ist so, kriegt eure Arsch hoch, macht da jetzt was. Ne, ansonsten, ich weiß nicht, was ich dann mache, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Weil so geht das auf jeden Fall nicht weiter. Denn, ja, durch diese ganze Scheiße muss ich den Stream abbrechen, muss ich hier, hat mich so drauf gefreut, ja. Wer ein bisschen Mitgefühl hat, versteht mal, was ich meine. Ja, und das war schon bei diversen Streamern los, die sich dann intern geärgert haben dann und so, ne. Ja, aber ich bin dann einer auch, der darauf reagiert. Ja, und deshalb, Leute, ne. Ja, ansonsten, meine Community gegenüber und so weiter, allen zusammen da draußen, Leute. Wunderschönen Abend. Bleibt gesund, sportlich. Ja, bleibt fair und vor allem, Leute, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.